Darum ist Judith William, Let's Danze, die heimliche Gewinnerin. Heute Abend ist es endlich soweit. Alle Danze-Fans warten schon jetzt sehnsüchtig auf das große Let's Danze-Finale. Mit dabei Ingolf Lück, Barbara Mayer und Judith Williams. Wer dabei die größten Chancen auf den Sieg hat, ist allerdings schon jetzt eindeutig, Judith Williams. Doch warum? Judith Williams und Erich Klan, sie sind das Let's Danze-Traumpaar. Seit Beginn der Let's Danze-Staffel begeistern Judith Williams und Erich Klan alle Tanzshow-Fans aufs Neue. Jeden Freitag sind die beiden dabei zu sehen, wie sie gemeinsam übers Tanzparkett fegen. Dass sie dabei absolute Siegeschancen haben, ist schon seit ihrem ersten Auftritt ersichtlich. Heute Abend sind die beiden also aus einem guten Grund im Finale. Warum Judith dabei schon jetzt die heimliche Gewinnerin ist, verrät nun Jemmy Blüochsenknecht. Judith Williams, darum ist die heimliche Let's Danze-Gewinnerin. Wie Jemmy Blüochsenknecht nun berichtet, ist er der Meinung, dass Judith Williams definitiv die Gewinnerin von Let's Danze werden könnte. So verrät er gegenüber Promiflas, Judith ist super realgeizig. Ich finde es wirklich krass, sie hat ja nebenher noch gearbeitet und ganz wenig geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen können, wie du es gemacht hast. Ehrliche Worte, die zeigen, Judith ist eine absolute Power-Frau. Ob Jemmy heute Abend recht behalten wird? Wir können gespannt sein. Worte, die ich in der Zeit, 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 die ich Untertitelung des ZDF, 2020